Wie heißt der Hund denn? Bitte? Wie heißt der Hund? Cäsar. Cäsar. Das kann man Sie merken. Cäsar, ja. Aus der Fernsehwerbung. Ein Menneken. Das ist der zukünftige Mann von Fanny. Ich habe schon allen erzählt, dass ich dann, wenn Sie das mal treffen wollen, dass ihrer dann eventuell mal meine kleine süße Babys verpasst. Ja, ihr seid ja süß. Ja, hallo Moischen. Ja, hallo Moischen. Ja, du bist doch eine schicke Maus. Ja, du auch. Oh, ja. Popo. Popo, Popo. Ja, was denn? Keiner will mit dir spielen. Oh, nee. Hallo Cäsar. Hallo Cäsar. Ja, 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 hallo Cäsar. Ach, du süße Maus. Kleiner Mann, hä? Kleiner Mann. Ja, hallo Cäsar. Ja, hallo Cäsar. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hier bleiben alle. Schön hier bleiben. Hier, aber alle stur in der einen Richtung, obwohl da kein Hund ist. Ja, hallo Cäsar. Da ist doch keiner, du doofe. Fanny, Conny. Ja, 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 ja. Warum wählst du? Aus welchem Grund wählst du? Bist du eifersüchtig? Bist du eifersüchtig? Eifersüchtig? Ja, uuuh.